Ich wecke meine Tochter. Ich wecke meine Kinder. Ich bereite das Frühstück für mich und meine Familie vor. Ich mache das Frühstück und frühstücke dann mit meinem Mann. Ich frühstücke mit meiner Frau. Ich koche Kaffee für mich und meinen Freund. Ich koche Kaffee für meine Freundin und mich. Von 7 Uhr bis 20 Uhr nach 7 Uhr frühstücke ich mit meinen Eltern. Ich frühstücke ein Brötchen mit Käse, Schinken oder Marmelade. Zum Frühstück esse ich ein Brot mit Wurst oder Käse und trinke einen Kaffee. Manchmal trinke ich morgens auch ein Glas Orangensaft. Ich esse Müsli und trinke eine Tasse Kakao. Beim Frühstücken höre ich Musik. Ich hole die Zeitung aus dem Briefkasten und lese sie beim Frühstück. Wenn ich frühstücke, höre ich Radio. Ich lese die Nachrichten auf meinem Smartphone. Nach dem Frühstück putze ich mir die Zähne. Nach dem Zähneputzen ziehe ich mich an. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mir eine Jacke an. Um halb acht gehe ich aus dem Haus. Um kurz nach acht bin ich fertig und ich verlasse das Haus. Da ich von zu Hause aus arbeite, bin ich vormittags zu Hause. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Auf dem Weg hole ich einen Kollegen ab und wir fahren zusammen weiter. Okay, so wie mit dem Fuß. Okay, so wie ich mich da. Beggecard, weiter educate w Sum Risse. Okay, biography. Begge force auf deinege und sch flames einfach zu zeigen. Und ich kann mich, si Weil du deinость ab Megast Resch. Lehr сок 피 싶은 Murat inside.